Warum Günter Jauch so sympathisch wirkt, das hat vier Gründe. Und ich gucke mir das Ganze aus der kommunikativen Sicht an, und zwar auf die Wirkung, auf den ersten Eindruck oder auf den Gesamteindruck. Achte mal drauf, wie Günter Jauch in seinen Sendungen auftritt. Das ist immer auf eine ganz spezielle Art und Weise. Egal, ob er Gast ist, egal, ob er Moderator ist oder ob er in einer anderen Rolle da ist. Günter Jauch hat eine ganz bestimmte Art aufzutreten. Und lass uns mal die vier Dinge angucken. Also, das erste ist, Günter Jauch hat immer so einen, ich nenne es mal so einen spitzbübischen Humor. Da kommt immer so ein gewisser Witz rüber, so eine Art Schelm. Du weißt, Günter Jauch redet offen, ehrlich und da kommt auch mal eine kleine Spitze oder ein kleiner Spaß. Und das macht ihn einfach so sympathisch, weil du weißt, hey, er meint es nicht böse und er macht es nicht zu deinen Lasten, sondern es ist einfach ein wunderschöner Humor, der für viele verständlich ist. Dazu kommt so ein Lächeln. Achte mal drauf, wie viel Günter Jauch lächelt. Da kommt so ein richtiges, ja, breites Grinsen, ein Lachen und du nimmst es ihm einfach ab, dass er Spaß hat. Günter Jauch lächelt und lacht mehr als viele, viele andere in seinem Job. Möglicherweise liegt es an seinen Sendungen. Aber du siehst es auch in anderen Rollen, dass wenn der Gast ist, dass er dann auch dieses Lächeln immer dabei hat. Und jetzt Achtung. Gleichzeitig kann er aber auch super ernst sein. Er kann also beide Rollen. Vielleicht hast du damals bei ARD gesehen, diese Günter Jauch-Show, diese Talkshow, wo er als Moderator tatsächlich dieses seriöse Ernst an sich hat. Das bedeutet, er kann beide Seiten spielen. Und achte mal bitte drauf, kannst du situativ switchen? Kannst du situativ einfach der spitzbügelische und smarte, humorvolle Mensch sein? Und auf der anderen Seite aber auch diese ernste Rolle einnehmen? Diese Rolle ist gar nicht so einfach. Aber das ist wichtig. Er kann beides. Und deswegen nimmt man ihm ab. Hey, das ist ein Mensch mit vielen Facetten, mit vielen Fähigkeiten. Also was haben wir? Das Lächeln, das Spitzbügelische, das Humor. Und dann, Achtung, habe ich gerade schon gesagt, er macht nichts auf Kosten anderer, sondern er nimmt ihm Humor und lässt die Gesamtsituation einfach wirken. Da ist nichts, das heißt hier, du bist oder du hast. Nein, er sagt, Mensch, da gibt es Menschen, die... Er macht es sehr, sehr allgemein. Und dieses Allgemeinhalten, das ist wieder etwas, wo man sagt, hey, das ist eine sympathische Art. Du stellst niemandem bloß. Und das gibt ihm Größe. So, nehmen wir auch einen. Einen haben wir noch. Komm, der vierte. Achte mal drauf, wie Günter Jauch gekleidet ist. Günter Jauch ist immer sehr schick gekleidet. Das bedeutet, du nimmst es ihm immer ab, dass er der Moderator ist, dass er der tolle Gast ist. Er hat immer so eine Art von gehobene Persönlichkeit. Und er will das eigentlich gar nicht so. Guck dir mal alte Sachen an. Und trotzdem nimmst du ihm den Anzug ab, nimmst du ihm Anzug und Krawatte ab. Und das ist das Schöne daran, wir sind mit Günter Jauch groß geworden und wir sind mit ihm gewachsen. Er ist in seine Rollen reingewachsen. Er hat es sich erlaubt, auch mal hinzufallen und aus der Position wieder hochzukommen. Und da, da gehen wir mit, da fühlen wir mit, da sind wir dabei. Deswegen nehmen wir Günter Jauch als so sympathisch wahr. Und vielleicht guckst du dir die nächste Sendung, Wer wird Millionär oder die nächste Sendung, wo er als Moderator einlädt, einfach mal an und achtest auf diese Sachen. Wie lächelt er? Welchen Humor hat er? Wie ist er gekleidet? Und wie ist das so mit dem Humor? Auf wessen Kosten macht er den Humor? Also, schau da mal drauf. Das sind auf jeden Fall die vier Punkte, die ich wahrgenommen habe, warum Günter Jauch so positiv ankommt, so bei vielen Menschen beliebt ist. Vielleicht ist das interessant für dich und kannst es nachvollziehen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal bist. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal bist.